Musik 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 Jahraus, jahrein rollen Wagen über Dorfstraßen und Feldwege. Das gute alte Kuhgespann allerdings wird bald ganz der Vergangenheit angehören. Der Vielzweckwagen hat ihm den Rang abgelaufen. Da ist er, der VW Kombi. Mit einem Nutzraum von nahezu 5 Kubikmetern. Acht Personen mit Geräten oder 16 Zentner Nutzlast finden gut darin Platz. Die zweiflügelige Seitentür und die rückwärtige Klappe ermöglichen rasches und müheloses Ein- und Ausladen. Der umsichtige Landwirt nutzt seinen Wagen richtig aus. Oft lassen sich mehrere Fuhren miteinander verbinden. Dem VW ist es gleich, was er befördert. Junge Menschen oder kleine Ferkel. Er ist unermüdlich und immer einsatzbereit. Mit dem Kombi ist der Weg zur Stadt kürzer geworden. Jetzt kann der Bauer den für ihn günstigen Markt beliefern. Auch die Bäuerin erledigt ihre Besorgungen in der Stadt rasch mit dem Wagen. Musik Wer schnell liefert, gewinnt neue Kunden. Großküchen, Krankenhäuser und Hotels. In der Feldarbeit, vor allem bei Arbeitsspitzen, macht sich der VW-Transporter besonders bezahlt. Entfernungen zwischen weit auseinandergelegenen Schlägen werden ohne Zeitverlust überwunden. Frisch und ausgeruht treffen die Leute auf dem Acker ein. Immer gibt es etwas zu transportieren. Material muss zum Feld oder zur Weide gebracht. Anderes zum Hof zurückgeholt werden. Der Kombi schafft das spielend. Natürlich ist er nicht nur für die Arbeit da. Schnell ist er auf Hochglanz gebracht. Familie und Belegschaft nehmen teil an Theater, Kino, Ausstellungen und Sportveranstaltungen. Fröhlich geht es dem Wochenende entgegen. Wirtschaftlich, robust, immer einsatzbereit. Ein echter VW. Ich hoffe, es ist fertig. Begon. So weiter.